Ich bräuchte nämlich fünf Runden, ne, damit wir bis heute Tag Videos haben und ich habe nämlich keine Zeit mehr zu streamen, außer heute. Junge, dieses Game ist so unglaublich laggy, das triggert mich übel. Yo, ich habe den Bug, die Ehre geht raus, bitte lass mich einfach sterben, ja man. So was ist halt, ich kann, ich komme nicht mehr rein, ich komme nicht mehr rein. Es lag, es lag schon wieder, oh mein Gott, ich will gleich wieder raus. Ich will einfach wieder direkt raus, ich will das nicht, ich will da nur als Hannibal Tournament spielen. Sorry, aber das gebe ich mir nicht, sorry, aber das gebe ich mir nicht heute, das macht mich ernst, ich bin gerade richtig kurz davor aufzupassen. Aber das gebe ich mir nicht, dann spielen wir heute keine Outfit, dann ist es halt so. Also so brauche ich auch keine Outfit spielen, das macht keinen Spaß.